Okay Hallo und willkommen zu einem neuen Video Heute sind wir mal wieder mit Hytral P unterwegs Dann Und wir suchen diese Basis als Name Äh, kannst du an die Kamera gehen? Dann können wir gleich mal im Flug alle markieren Wir haben alle Posten wieder gelöscht, also müssen wir alles neu einnehmen Bisschen nach rechts Warte, Front Ich habe irgendwas So, ja, so ist gut Sag, wenn ich weiter fliegen soll Was war es eigentlich? Echt? Sind das nicht mehr Leute? Da, wir müssen noch da Aufpassen, immer zieht uns Und da, und da, und da, und da Und da, und da Also, ich werde jetzt noch Aufpassen Zwischen den Folgen habe ich mir mal, äh, halt ein bisschen die Sachen gecraftet Habe ich jetzt aber kein Video von Ja, weil wir Das tun hatten Ja Ja Er hatte noch einen Besuch, der uns ein bisschen abgefuckt hat Ziemlich sehr Ja P-Genomin Ach, erschreck mich nicht TOT Wer ist hier aufgeflogen von uns? Niemand Das ist Bullshit Oh Fassi Ich werde geschlagen Ich brauche Hilfe 3P Wo bist du? Ja! Mein Charakter! Bist du gestorben? Ne, ich möchte da runter springen und mein Charakter fällt ein Stück und zieht sich dann wieder hoch Ok Wo ist der Haley? Weiß ich nicht Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Sag das Du musst mir sagen Woll dich gleich Ich krabbel zu dir Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Das war der Außenposten gewesen Das war der? Ja Jetzt waren wir noch ein paar Ja Nehmen wir den nächsten Außenposten ein Die Außenposten Folge Ja Ja Das Außenposten Massaker Raketen zerstört Ich habe keinen Raketenwerfer Ich habe keinen Raketenwerfer Daher Eigentlich nicht Ja Geh ich ausreden Komm Warte mal kurz Ich muss schauen wie viel Geld habe ich 175 Vielleicht gibt es einen besseren Raketenwerfer als ich habe Ah So Mach ich gleich Ich zieh mich Äh häng unten da dran Flieg Warte ich muss gucken wohin Soll ich markieren? Na ich habe Ok So Hinfort Ja 1000 Meter Ja 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 Wollen wir äh Nächt zur Folge ein bisschen jagen gehen Ja 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 Füllen wir einmal unseres komplette Equipment auf halt an Crafting Das teuerste vom teuersten Ja Oh Warte Ah Karma Ich kann den nicht treffen Ich auch nicht Mh Hedgehog Dieser Helikopter wackelt viel zu stark Ich bewege mich nicht Mh Mh Wo ist der? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Krass, will ich bitte abholen? Warte... Warte, ich will den noch looten. Okay, ich laufe hoch. Ich hole dich ab. Ja, ich bin jetzt gleich auch da. Oh, warte, der will mir Geld anbieten. Ja. Ach, nur du kriegst das Geld. Wo bist du? Steh neben dir, flieg hoch. Du nicht? Komm, steig. Ja, ich wär jetzt hochgeklettert wieder, aber egal. Wär's doch viel effektiver, wenn ich schon am Boden bin. Ja. Aber, das war lustig, als wir es herausgefunden haben, dass man sich hochziehen kann. Ja, das war sehr informativ. Ja, wie wir einfach scheiße gemacht haben. Wollen wir einfach Granaten ins Lager reinwerfen. Granatenmassaker willst du machen? Bleib mal stehen. Ja. Kuhl. Bei mir lädt grad das Spiel nach, ich kann grad nichts tun. Bei mir nicht. Komm schon. Das ist Massaker mit Granaten. Okay, das klappt überhaupt nicht. Landen, landen, landen. Die schießen uns mit RPGs. Lande hier hinten auf einer der Plattformen. Oder im Wald. Gerne. Fuck. Nein, 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 nein. Lebst du? Ja, nur noch wenig. Oh, bin voll. Ich töte den. Ach du Scheiße machen die Teile Damage. Die sind richtig hart. Ich kümmere mich drum. Okay. Wo ist der? Mach ich mich auch. Über mir. Ja, da ist er. Fehlt noch einer. Ja. Da unten ist ein Auto irgendwo. Da. Ich kann ihn nicht sehen. Ach, da. Ja, ich kann ihn nicht sehen. Oh, hey, shit. Backflip Gut, dann nehmen wir noch eins ein, oder? Ja, ich nehme hier oben gerade noch die Propaganda ab, dann bin ich dabei Aber diesmal ein bisschen stealthy Ah, Manu, ich brauche erstmal Munition für all meine Waffen Ich hole den Heli Ja Ihr brennt auch im Haus Ich weiß nicht Die Umwelt ist echt schön gewesen Hä, ist da unten einer? Achso, unser Helikopter ist abgestürzt Verstürzt Holst du ihn gerade? Ja 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 Okay Okay Nailed it Das Ding klappt einwandfrei Ich habe doch drauf gesessen Wir können das Ding noch Warte Lass mich mal hier raus fliegen Zwei Leider Plan Schreif Technische Schwierigkeit Ja, und gut, dass der Motor immer durch meinen Kopf durch geht Und ich fast tot bin dadurch Au Geil Du hast uns beide gekillt. Hab ich gut gemacht. Ja, ich glaube, ich fliege erstmal ein bisschen müde. Ich spiele mit Controller. Ich bin meiner geblieben Tastatur oder Keypad. Toll. Meiner Tartarus Cuomo. Du lagst leicht. Was liegt denn an der Bambusleitung? Nö, ich hab vollen Empfang, wie immer. Ich hab vollen Empfang. Ja, ich hab auch immer. Achso, ich wundere mich gerade, warum ich nicht aus dem Spiel rauskomme. Ich wundere mich gerade, warum ich gar nicht spielen kann, aber ich war aus dem Spiel rausgetappt. Warte. Dann nehme ich jetzt wieder Controller. Ich hab sein Auto geklaut. Ich kann nicht einsteigen. Komm. Ich mach mal das Domral, ey. Ja. Haben keinen Bock von der Gamer einen Strike zu kriegen. Nicht schon wieder. Ah, du hast schon eigentlich nicht. Nein, ich hab kein Strike-Game. Ich nur gewarnt. Dein Google hat mich gewarnt. Nicht Gamer. Ach, noch nicht die Gamer. Kleiner Info, ich bin nicht der beste Spieler mit dem Controller. Ja? Ja, wer hat gesagt, dass du mutter Spieler jemals warst. Bitte oder Unglück. Ich schweige Minute. Junge. Warum? Was hab ich dir getan? Ich beleidigt, aber trotzdem. Ich will nur... Ich will nur mit meinen Pflanzen... Ich hör knarren. Oh. Kann mir helfen. Okay. Ich weiß noch nicht, wie man mit dem Controller rennt. Auf sie knapp. Ach so. Du hast einen anderen, keine Ahnung. Du hast immer auf jeden Fall das Menü. Der ist tot. Lass ihn fallen. Wenn wir Geld geben. Ruf der Mauer an. What? Was war das? Peter Deos. Du vollidioten. Sie schießen mir doch auch nicht. Ups. Okay, vielleicht soll ich mir da stoppen. Ja, bevor wir noch am Ausrassen sind. Also. Das war's dann wohl mit der Folge. Schauts beim... I- Schauts beim SX Gaming Launch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.